Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Pure Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Mit? Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. But it never happened before books began to be written for children during the last two centuries. Before that, children absorbed their culture as tales along with the adults from their village storage teller and the town or tribe's plays, dances and festivals. Das ist ein Dorfmädel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020